Ja, das sah eben nun aus. Ja, aber das ist eben das, was er... Der kriegt das nicht mit, dass es für den normale Umgangsdorn ist, oder dass er dich merkt, oder nicht... Ja, aber ich mache es auch aus der Klinik heraus. Ich weiß nicht, warum er sich manchmal nicht melden kann. Aber wie gesagt, diese Nummer mit dem Telefon, da ist der sowas mau. Ein Problem. Es war eine gut gemeinte Idee, ja. Ob ich mich total fühle, oder ob. Und das war mehr so dieses Typ von Kollegen, glaube ich, als dass es in unserer Zeit ist. Echt? Ja, und zwar ist das deshalb mit dem Telefon, weil ich auch so wunderschön werde. Hat irgendwas klingelt, was er nicht will, ja. Oh Gott! Na ja, wer weiß nicht, da vorher... Ich glaube, da soll einer spielen. Mhm, irgendwie kannst du dich einordnen. Nur einer. Na ja. Maler, will die Katze nicht spielen? Will dir keiner mit dir spielen? Maler? Hm? Will keiner mit dir spielen, Maler? Geh mal zur Katze hin. Wo ist die Katze? Wo ist die Katze? Wo ist die Katze? Ja. Wo bist du denn? Ja. Wir wollen die Katze? Was? Wie sieht das auch? Wie ist das? Na ja, aber in der einen, in der einen gab es ja auch zwei, also... Ja, ja. Und wem denn? Mit der Hefarmel. Nicht mit der Freunde, mit der irgendwo mal wieder zusammen war. Vielen Dank.